Hallo für KeyArmy, willkommen zu einem neuen Video. Freunde, wenn ihr ein cooles Video aufgenommen habt, könnt ihr es mir mit dem ersten Link in der Videobeschreibung gerne zuschicken. Schöne Grüße gehen raus an... Xenix, MrFortniteGamer, LeoFelizia, NatKling, ViuBoy, LeonGede, Autochirurg, Unicorn22 und Kevin. Vielen Dank für eure Kommentare, Freunde. Ihr seid die Besten. Heute sehen wir uns die schlimmsten LKW-Fahrer der Welt gemeinsam an. Doch bevor wir anfangen, möchte ich euch noch sagen, dass das Video als Lernmaterial genommen werden soll. Legen wir los! Vielen Dank für deine Einsendung, mein Bester. Vielen Dank. Vielen Dank. Der Fahrer muss es ja wirklich eilig haben. So wie es aussieht, hat sich auch ein Reifen verabschiedet. Bis zum nächsten Mal. 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 Der kann doch nicht seine Rampe unten vergessen haben. Das hört man doch. Das war's wirklich komplett. Bis zum nächsten Mal. Jeder hat es doch kommen sehen und trotzdem fahren sie einfach hinterher. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020